Emmanuel Macron, er schafft es immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Jetzt mit seinem China-Besuch, wo er ja den europäischen Kolleginnen und Kollegen empfohlen hat, sich nicht als Anhängsel der USA zu sehen, darüber kann man politisch diskutieren. Was mich immer irritiert, ist, wenn europäische Staatschefinnen und Staatschefs zu mächtigen Menschen auf der Welt kommen, immer in eine sehr devote Körperhaltung verfallen. Wenn wir hier sehen, wie Xi Jinping drinnen sitzt, mit einer Selbstverständlichkeit zurückgelehnt, man erkennt sofort, das ist sein Revier. Auf der anderen Seite Emmanuel Macron, wie, naja, jetzt muss ich es erlaubt sagen, ja fast wie ein Schuljunge sitzt an der Tischkante, bedankt sich artig, dreht sich Xi Jinping zu. Natürlich ist das nett, es ist natürlich sympathisch, allerdings denke ich mir immer, auf die eigene Bevölkerung wirkt das doch nicht besonders selbstbewusst. Und die eigene Bevölkerung meine ich jetzt nicht nur Frankreich, sondern er ist ja auch als Vertreter, als mächtiger Vertreter der EU da rübergefahren. Mir würde interessieren, wie ihr das seht, wie die Wirkung der Körpersprache bei solchen Bildern auf unser eigenes Selbstverständnis ist. Schreibt es mir das in die Kommentare. Schreibt es mir das in die Kommentare.